So, dann gehen wir jetzt als nächstes hier, würde ich sagen, dann haben wir zumindest hier die komplette Lücke freigeschalten, da ist ja gar kein Nebel mehr. Das machen wir als nächstes mal gucken, ob es da irgendwie die Nebenquest gibt. Irgendwo muss es ja schließlich sein. Die Frage ist bloß wo. Wie ignoriert mich, Alvergeister? Ich bin gar nicht da, ich bin hier zu Gast. So, weiter geradeaus. Auch ein schicker Schrein. Irgendwelche Lidlern-Flaggen. So. Ah, noch ein Stückchen geradeaus. So, hier muss irgendwas sein. Hat die Säufergasse. Und da oben ist einer. Was bist denn du? Musste ich den wieder fangen, oder? War das so, glaube ich, dass ich auf den irgendwie so draufwüpfen musste, oder so? Wenn ich mich recht entsinne. Da sind schon wieder ein paar Geister. Den lassen wir natürlich nicht da. Verwahrlosen. Knab am Nebel dran. Kommt her! So. Der Tori-Schrein ist bestimmt da irgendwo. Damit bin ich schon mal ein Stückchen näher dran. Ich bin hier in einem gefährlichen Ort. Ich wusste nie ja, dass Tobi... Das ist doch unten. Halt. Hätte ich ja gar nicht nach oben gemusst, Mann. So selten, dass was unten ist. Na gut, sehr schön. Ohne Kampf, ohne alles. Feuerkette. So kannst du auch mal laufen. Das war mal eine entspannte Eroberung. So mitten in der Seitengasse irgendwo. Okay, da sind zwei kleine Regenkinder. Die ignorieren wir jetzt einfach mal. Aber hier gab es jetzt keine weitere Nebenquests, okay? Bei dem anderen hatten wir nur die hier. Geheimnisvolle Fußspuren. Dann... Probieren wir unser Glück mal hier oben. Hier sind zumindest gleich vier Stück. Probieren wir dann dahin am besten. Dahin? Hm... Das ist kürzer. Machen wir dahin. Schnellreise. In der Hoffnung, dass es da vielleicht ist. Nach dem Ende. Mich schon interessieren, wenn die einfach weg ist, was das denn für eine Quest ist. Aber wir haben auch gleich einen Nebenquest. Wollen wir gleich mitmachen? Können wir eigentlich gleich mitmachen, oder? Ach so... Können wir... Können wir kічere? Können wir den KK? Wollen wir den KK? Wollen wir den KK? Wollen wir den KK? Wollen wir, du bist... ... oder? ... wir sind all deine Tochter. Nein, wir haben so gehört, mein Drei, Sie haben unsrutzt. Ich habe mich nach KK. Es curious, dass du meinen KK, war die KK, Das war's für mich. Das war's für mich. Okay, okay. Hab dich mal nicht so hier. Geht schließlich um ein Kind? So, da müssen wir da lang, wenn ich das richtig sehe. Und schauen wir uns doch mal das an, was hier die Kinder gemacht haben. Wo haben sie denn Spieler rumgespielt, wo sie hätten nicht spielen sollen, ha? Da ist schon wieder so ein komisches Flattervieh, was man fangen kann. Wow, ich möchte jetzt nicht gegen eine Nymphe kämpfen. Darf ich überhaupt richtig? Was bist du? Nach dem Ende, da müssen wir hin. Kodama, hier sind mittlerweile so viele Symbole, dass ich gar nicht mehr sehe, wo ich überhaupt langlaufen muss. Aber da ist das Questgebiet. Da komme ich ja gerade gar nicht hin. Muss ich erstmal sowieso die Tore freischalten. Oder machen wir das doch? Hilfe! Ah! Schön! Das nächste große Vieh. Ist doch verkehrt bei euch. Aua! Hallo? Hast du Lust zu essen? Aua! Aua! Wie unhöflich! Da tut auch weh, Machen. So. Nächstes Tore freigeschalten und wir haben auch unsere Liedenquests gefunden. Das ist schon mal sehr gut. Geistersichtkette. Was haben wir hier? Achso, beten. Beten brauche ich gerade nicht. Lass nochmal kurz gucken. Und jetzt tun wir noch weiter nach links. Da lang. Dann machen wir das doch. Die nächste gute Frau. Tschüss. Da. what? Wo? Oh. Du hast ihn eben quatscht. Ein Blechgoldfisch. Ein Spielzeugegoldfisch aus Blech, mit dem man im Wasser spielen kann. Geht nicht unter. Aha. Und was machst du hier? Was? Das ist wirklich ein Tami. Ein Minu. Das ist ein Hund. Das ist doch kein Hund. Hanuk-ähnlicher Hund. Okay. Du bist ein komischer Hund. Du schaust aus wie ein Waschbär. Da kommen wir nicht rein. Wir müssen als erstes nach oben. Verdammt. Geh weiter. Er ist nicht nach oben. Hilft ja alles nix. Aber da haben wir zumindest das ganze Gebiet freigeschalten. Und dann können wir hier ganz gemütlich überall lang gehen, ohne dass der Nebel uns stört. Ist doch auch schön. Da ist ein Wauzi. Da ist ein Wauzi. Da sind Geister. Sind schon wieder überall so komische Geräusche. Und bergeweise Geister. Was ist hier schon wieder verkehrt? Ja, okay. Ist ein Friedhof. Ich verstehe. Es ist ein Daphler wieder verkehrt. Wo? Da. Weg mit dir. Und du bist auch extra. Wah. Wo kommst du denn jetzt her, bitte? Wo kommen die denn jetzt auf einmal alle her? Toll. Moment. Ich muss mich kurz aufladen, ja? Das dauert. Ein Sekündchen. Geld, Geld, Geld. Hallo? Oh. Au. 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 Komm her du, so. Und du, gute Frau, gehst mir bitte nicht weiter auf den Zeig, mit deinen Kugeln, so. So schaut das Ganze doch schon viel besser aus. Da haben wir noch ein paar Geister. Die nehmen wir natürlich mit und wir müssen weiter nach links. Wir sind schon wieder überall Baustellen, hier in Deutschland überall Baustellen. Wenn wir uns schon einmal anschleichen können, dann machen wir das doch gleich. Weg mit dir! Was hätten wir auch? Da sind noch ein paar Geister. Da sind sie schon wieder fast voll. So, durch haben wir. Gut. Hätte ja klappen können. Du bist auch weg. Dich haben wir auch gleich. So. Bleibst nur noch du. Da bam! So und da ist auch schon das Tori. Sehr gut. Haben wir gleich hier die Gegend gereinigt. So. Passt das. Da. Hallo? Und einmal eine Schützenkette. Da könnten wir noch einmal beten. Dann gucken wir einmal das träumende Juwel und jetzt können wir hier unten zum Tori. Ja genau. Dann halt so. Da waren wir beide gegenseitig überrascht glaube ich. Ich ignoriere euch einfach mal, gell? Hier läuft da ja gerade Indopatrouille. Warte mal. Muss ich? Achso. Deswegen ignoriert ihr mich. Erstmal stecken deine schwarzen Blubabblase. So, du bist auch weg. Noch so eine gute Frau. Noch so eine gute Frau. Oh! Oh! Ich würde sagen hallo, ich habe dich angeklickt. So, das waren alle Sekt. Ja, wir müssen schon wieder gleich unsere Taschen leeren, unsere Geister. Der Tulipen haben wir auch noch einen. Kommt her. Ich will hier weg, ja, hier kommt der jetzt weg. An einen besseren Ort. Kann man hier rein? Schade. Okay, ist ja okay. Ich gehe ja schon. Man kann auch netter ausdrücken, dass es mal unerwünscht ist. Ich kann einfach die Rouladen hier zu machen. So, dann gehen wir erstmal unsere Geisterchen ab. Jawohl. Das habe ich gut gemacht, gell? Dankeschön. Fehlen nur noch fast 200.000. Stufenaufstieg 27. So, weiter. Warte, warte, warte. Weiter. Bevor wir weiter runter gehen. Euch vergessen wir natürlich nicht. Da sind auch noch welche. So. Weiter geht's. Was? Vorsicht. Achso, hier ist schon wieder so wellig. Natürlich muss ich da lang. Schau. Vielleicht kriegen wir zumindest Ähmchen weg. Au. Na toll. So war das nicht geplant. So. So war das von mir auch nicht geplant. Wollte nicht in die Feuerwehr reinrennen. Auf. Kannst deinen Schei für dich beeilen bitte? Oh, 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 oh. Komm her. Feierabend hier. So, nächstes Tori. Geht er richtig schnell vorwärts hier. Und eine Wasserkette. So, damit kommen wir jetzt aber zu der Hauptquest, beziehungsweise zu der Nebenhauptquest, wie auch immer. Nach dem Ende. Jemand möchte mit Akito und Keikei sprechen. Okay, einmal die Hauptstraße lang. Dann gehen wir da doch. Sind da hinten so viele Mobs? So, wir müssen hier runter. Viel davon. Hallo, hallo. Oh. Ja? die mission nach dem ende so sagen wir dann hin darunter dann war das doch immer da ist noch ein baum tschüssi brauche ich gerade nicht ihr könnt gerne da weiter stehen und patrouille halten hier sind schon wieder so viele weiße küsch bäume das stimmt die waren freier rotger die haben ja schon geläutert tschüss schon dabei das ist aber nicht rinko ein jung oder das kann ja alles sein was was ist denn das was ist denn das für ein schleimmonster was ist denn da das tut mir die ganze zeit nur weh aber ich sehe es gerade nicht mehr das 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 Hier irgendwo rein? Ja, da sind schon wieder Geister. Einfach mal so ein kleiner Nebenbritusch hier. Irgendwie hat das schon wieder was, gell? Gruselig und gemütlich zugleich irgendwie. Ich weiß nur nicht, ob die Geister hier wirklich Frieden finden können, die Ahnen. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, so inmitten der Großhäuser, wo dann überall Büroleute sind und getummelt etc. Kann ich mir nicht so ganz vorstellen, dass die hier Ruhe finden, aber schaut immer noch schön aus. Aber wer weiß, vielleicht sind das hier alles Büromenschen und die brauchen diesen Trubel oder so, keine Ahnung.